Was mit Maschinerie zu tun hat, sonst krieg ich Aids von... Du kriegst richtig hardcore Aids von... Du den Steinbeierzeug. So, so... Ah, nein, voll ansortiert. Erde... Das kommt da hin. Von Gravel. Das kommt da hin. Warte? Kappel... Ne, nicht Kappel. Erde, Gravel und Marvel soll aussortiert werden. Jep. Ich hab jetzt Kappel aussortiert, ich vollidiot. Ich muss nur schauen, dass der Ausgang... Der Rodisch, ich weiß. Dass der mir halt in die Richtung zeigt. Ja, genau. Dann ganz viel für Cobblestone. Warte mal. Ich hab guuut gemacht. Ich hab guuut gemacht. Das Glasfaser-Kappel verbindet sich nicht mit der Quarry. Willst du mich verarschen? Was? Das Glasfaser-Kappel... Wat? Das ist ein anderer Mod. Nein. Nein. Ach Gott. Ach Gott. Ach. 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 Vielleicht wird er morgen Nachmittag mal, ob sie die Anfarmen entgehen und sowas. Pff. Hab ich nichts dagegen. Wir haben nur gezent wenig. Jep. Dank eines netten Herrn. Wegen Lina? Lina, erschreck mich nicht so. Was, Lina? Wie hat die dich denn jetzt bitte erschrocken? Ich hab aber angestopfen. Ja, hab ich damit gerechnet. Achso. Alter Vater. Mein Herz. Oh, ne. Jetzt hab ich die Waterproof... Oh, ne, Alter, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, Alter, wie oft ich hin und her fliegen muss, ist ungewöhnlich. Jetzt hab ich die... Jetzt hab ich die waterproof... Dings vergessen. Oh, ne, jetzt hab ich die... Jetzt hab ich die waterproof... Dings vergessen. Prozent um die Nürnberg es ist es ist und glaublich und schaffst Prozent ja bitte abkühlt der Nürnberg festplotten die aber bei 16 Kappersplatten macht es es sind einigen die kann ich nicht brauchen so 16 kartenplatte was brauche ich dir nochmal also ich sag mal so ich hoffe dass ich bis zum ende der aufnahme fertig werde was heute für noch mal nachschuldigen heute ist mal so ob er jetzt dort gold und silikon jetzt wollen wo ich die eine kiste koppeln im terminal was da eine kiste drauf oder nein eigentlich mehrere ich hab nicht gedacht dass es mehr festplatten nicht nicht so viel stein ist aber es ist ja ultra viel stein was wir jetzt haben ja ich muss jetzt aber die 16k platte machen oder du machst mehrere kleine ich hab jetzt 3 1 k gemacht und da ging jetzt erst eine kiste drauf oder was äh 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 3 k glaub ich äh was heißt 3k 3.000 items oder was äh 3.000 bürger haben wir da jetzt drauf ich glaub die sind alle voll oder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 5 5 5 6 5 5 5 5 5 9 9 9 9 10 10 11 10 10 9 11 12 11 13 12 14 15 13 14 14 14 15 15 15 Also nochmal. Vorhin ging es extrem schnell. Ich kann auch sagen, dass der Lava sich langsam leer wird. Das kann gut möglich sein, Yuli. Als ob. Doch, kann wirklich möglich sein. Meine Lava ist leer. Meine Lava ist leer. Patty, du cheater, du hast es abgedreht, mein Hahn. Ja, klar. Alter, woran willst du das denn ganz genau wissen? Was? Dass es genau jetzt vorbei ist. Das ist halt alles, was geraten. Ich schau mal nach. Ja, bitte. Warte mal, mein Jetpack ist voll gut. Ach ja, alles was wir sagen, wir haben hier in dem Betrieb. Zombie-Pack-Mens. Leck mich am Arsch. Der Endertank ist zumindest leer. Und bitte sag mir nicht, dass die Lava da unten aufgebraucht ist. Ist der... Der Lava-Tank saugt überhaupt nichts mehr an. Du meinst die Pumpe? Äh, ja. Ist unter der Pumpe vielleicht leer? Ja, also der Platz. Müssen wir die Pumpe vielleicht versetzen? Ne, warte, jetzt kommt wieder was. Hey, was hast du gemacht? Ich hab da einfach mal in dem Rechen dran gedreht, wo er dran ist. War das auf aus? Ich hab einfach mal... Ja, ich hab einfach mal dran gedreht, hab ich nochmal dran gedreht. Das ist das... Ich hab einfach nicht dran gedreht, dass das Rote oben war. Ne. Dass das Rote unten war, dann ist das Rote wieder oben war. Jetzt läuft wieder was. Ja, jetzt ist jetzt... Ja. Ja. Der Tanklauter ist auch weg. Der was? Der Tanklauter da ist weg. Warum? Na, hallo! Wie, der ist weg? Der Tanklauter. Ah, nee, der ist auch nicht weg. Ha, er hat mich gerade irritiert, weil er auf einmal so ein Netherrack da stand. Ach so. Okay. Ich dachte gerade, what the fuck. Jawoll. Ja, aber arg voll ist der auch nicht. Ne. Hälfte. Ja, in etwa. Jetzt fühlt es sich. Ja, wieder ganz langsam. Ich glaube, ich darf erst mal kurz stehen. Ich glaube, meine Engines funktionieren gar nicht mehr. Hä? Warum nicht mehr? Ja, warte, ich sag dir, wenn der Tank voll ist. Ne, 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 meine Engines gehen nicht mehr. Die sind letztes Mal...